Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Anna Stolz, Staatssekretärin im Bayerischen Kultusministerium. Die Corona-Krise hat uns alle hart getroffen. Ganz besonders aber ältere Menschen in Pflegeheimen. Sie durften während des Lockdowns im Frühjahr keinerlei Besuch empfangen und waren vollständig von Familie und Freunden getrennt. In dieser schweren Zeit haben Heimleitung und Mitarbeiter des Pfründnerspitals bei uns in Anstein großartige Arbeit geleistet. Und das unter hoher Ansteckungsgefahr mit dem tückischen Virus. Von meiner Spende wird die Heimleitung nun dringend benötigtes Mobiliar für den Außenbereich anschaffen. Das freut mich auch für die Heimbewohner sehr. Denn ich fühle mich den Menschen in unserer Heimatstadt und Region ganz besonders verbunden. Ihnen allen sage ich von Herzen, vergelts Gott. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion